Willkommen zu uns, Sie sind bei der Organisatorischen Sachen hier und ich wollte fragen, wer sind Sie, woher kommen Sie und was haben Sie mit dieser Organisatorischen Sachen zu tun? Ich bin der Peter Schäfer, ich bin hier am Empfangstresen und wir sorgen natürlich dafür, dass Sie hier alle Gäste wohlführen. Und sind Sie zufrieden mit dieser Veranstaltung hier heute? Ich habe mich heute gefreut, dass so viele Menschen mit guter Laune hier waren. Das ist sehr schön. Und wissen Sie, worum geht es eigentlich bei dieser Veranstaltung? Wissen Sie ein bisschen? Nein, leider nicht, weil ich kenne kein Wort Französisch, habe auch gar nichts verstanden, leider. Aber haben Sie einen berühmten Politiker aus Benin gesehen? Aber was denken Sie darüber nach? Können Sie etwas dazu sagen? Ich habe mich leider jetzt nicht dazu sagen, weil es geht mir alles noch durch den Kopf. Okay, super. Dann, wie können Sie uns nochmal unterschützen? Aber wie? Bei solchen Veranstaltungen sind Sie zufrieden, dass wir... Ja, zufrieden. Super. Er sagt, dass er sehr glücklich ist, dass wir dieses Event in unserer Halle haben. Er ist sehr glücklich, dass wir hier auch sind. Also, liebe Freunde, wir sind sehr glücklich. Und vielen, vielen Dank für alle. Das ist ein wunderbarer Moment hier mit unserem Präsidenten, mit unserem zukünftigen Kandidaten zur Wahl in 2016. Tausend Dank und sagen Sie bitte, tausend Dank an die großen Chefin und alle Leute hier. Das war wunderbar, Ihre Räume. Danke sehr. Ja, schönen Tag noch. Vielen Dank. Ebenfalls. Danni, 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 danni